Wenn man glaubt, man habe schon wirklich alles in heimischen Kliniken und Gesundheitseinrichtungen gesehen, dann wird man wieder einmal eines Besseren belehrt. In der Reha-Klinik Baumgarten in Penzing war im Foyer eine Hängematte gespannt, samt Bettwäsche und vollem Kleiderständer. Für einen Patienten habe es kein Zimmer gegeben, daher habe dieser in der Hängematte geschlafen. Die Krone hat nachgefragt. So heißt es, Zitat, hier handelt es sich offenbar um eine verfrühte Faschingsaktion eines Patienten. Dieser ist tatsächlich für eine Rehabilitation bei uns. Aufgrund der hohen Nachfrage konnte aber nicht sofort ein Platz zugesagt werden und daher wollte offenbar den Druck erhöhen. Die Hängematte wurde ohne Zustimmung angebracht.